Ziel ist natürlich eine Medaille zu holen. Das wäre schön, da würde ich mich sehr darüber freuen. Und ja, dann muss man gucken, wie gesagt, Medaille ist mein Ziel. Ja, eigentlich ganz optimistisch. Wir waren heute an der Strecke, haben ein bisschen trainiert noch und es ist ganz schön windig draußen. Aber ja, mal gucken, was die nächsten Tage so bringen. Und ich bin guter Dinge, dass morgen schon mal der Vorlauf einigermaßen gut runter geht. Von daher ist es erstmal ein guter Wettkampf, um noch mal Wettkampfverfahrung zu sammeln, einfach um noch mal einige Sachen zu testen, Taktik oder Strategie einfach noch mal zu testen und natürlich um sich noch mal ein gutes Gefühl zu holen für die Vorbereitung. Ja, es freut uns natürlich, dass wir auch so ein bisschen das Teamfeeling hier mitbekommen, dass wir mit den anderen Athleten zusammen sind und es hat in Baku gefehlt, weil die Strecke wirklich weit draußen war, war es nicht möglich immer hin und her zu pendeln und jetzt geht es eine halbe Stunde, dann sind wir vom Dorf weg und das passt und ist ja toll und freuen wir uns drüber.